Hallo und herzlich willkommen Leute zum originalen Darkfighter und Hero XP Gaming hat mir eine Aufgabe gestellt und zwar versuch mal beim Battle Royale zu gewinnen ohne einen Kill. Leute, das wird heftig, weil ich muss immer zweckrennen vor Gegnern, die auf mich schießen und ich muss eine gute Taktik entwickeln. Naja gut, wir werden es auf jeden Fall versuchen. So, als Klasse werde ich Mechaniker nicht nehmen, sondern Verteidiger, weil das einen Schaden reduziert und so oder ich nehme Sanitäter. Ich glaube ich nehme Sanitäter. Das ist eigentlich eine ganz gute Klasse, vor allem am Ende wird mir das vielleicht den Arsch retten, weil am Ende muss der letzte Gegner von der Zone gekillt werden, wenn ich das hier durchmachen will. Übrigens, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, welche Aufgaben ihr mir stellen wollt, was ich schaffen soll. Ich werde mich dann, falls es machbar sein kann, dran setzen und versuchen es wirklich auch zu schaffen. Ob das jetzt hier machbar ist, weiß ich nicht ganz genau. Ich kann es mir vorstellen, dass man wirklich gewinnen kann, Battle Royale ohne einen Kill zu machen, aber es ist halt schwierig. Naja. Naja. Okay, sehen wir uns gleich. Und es kann schon losgehen. Also, meine erste Amtshandlung, was ich als allererstes machen werde, ich werde hier ganz spät abspringen, dass nicht so viele Feinde bei mir sind, dass ich eine Chance habe. Ja, und ihr solltet das Video vielleicht auf, ja so Geschwindigkeit 1,5 stellen, dass es nicht so lange dauert für euch, weil das wird hier schon ein ziemlich langes Match werden. Ja, es sind noch 40 im Flugzeug, ich hoffe bis dahin sind es wirklich nur noch 5 oder so am Ende, oder ich springe am besten jetzt schon mal raus, weil ich glaube am Ende springen da 15 raus und naja, da wird es halt nichts. Aber dem ist hier eine ganz gute Stelle für mein Vorhaben, denn ich muss auf jeden Fall sehr, sehr viele Heilungsgegenstände sammeln. Okay, ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wo hier überall Heilungsgegenstände sind, aber hier ist schon mal eine Kiste, das ist schon mal gut. Noch mal zur Info, ich darf kein Gegner abschießen, keinen einzigen. Ich hoffe echt das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Das wird schon krass schwierig. Herr Battle Royale so auszuwerden ist jetzt nicht mal so ganz schwierig, finde ich jetzt. Aber ohne Waffen einzusetzen. Ich könnte ja einen Gegner ein paar mal anhitten, das kann ich ja machen, dass er Angst bekommt oder so. Aber so ganz ohne irgendwas, das wird schwierig. Mein erstes Hilfe-Set ist frei, ich werde das natürlich erst nutzen, wenn ich es da noch wirklich brauche. Ich muss natürlich trotzdem etwas aufpassen, dass hier kein Gegner rumrennt. Also hier die Aufgabe finde ich überhaupt nicht leicht. Das wird schon wirklich ein bisschen schwieriger. Ich hoffe das hier noch irgendwo, ja genau. Adrenalin ist immer gut. Ich brauche am Ende auf jeden Fall ziemlich viel Zeit. Herr Neun. Erster Feind ist da. Ne Mann, ich bewege mich jetzt gar nicht mehr. Es sei denn er kommt. Ja moin, da war er. Er sucht mich. Shit, shit, shit und tschüss. Ah ja. Meine Güte eher als ob er es nicht lassen kann, als ob er nicht woanders hin kann. Meine Fresse. Sowas kann ich echt nicht leiden. Ich gehe jetzt mal hier irgendwo hoch. Am besten ganz hoch auf den Berg. Da habe ich eine gute Übersicht. So. Erstmal ein bisschen heilen. Meine Güte, ey. Ist der immer noch hier oder was? Was gibt es doch nicht? Leute, Alter. Was ist denn das? Okay, die schießen sich gegenseitig auf. Das ist schon mal gut. Da kann ich da weiter ziemlich weit weg rennen. Dann bin ich außer Gefahr. So. Okay. Ich glaube, das hätten wir geschafft. Jetzt haben wir überwunden. Ich muss halt echt jeden Feind so richtig ausweichen. So. Meine Weste ist auch gut. Die brauch ich auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall wieder zumachen. Der ist hier irgendwo. Ich hoffe, der sieht mich einfach nicht. Okay. Da war ein Auto. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den gesehen? Der ist einfach mir auf mich gerannt. Ei, 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 ei. Hier ist was los. Oh, meine Leute. Ey, das gefällt mir ganz im Gorn. Von der Rüstung her geht's. Ich bin halt auch mittendrin. Das ist grad nicht so geil. Meine Güte. Meine Güte. Der kämpft da die ganze Zeit da oben. Und ich muss ja irgendwo campen. Und ich muss ja irgendwo campen. Dass ich hier nicht bekommen werd, äh, ja moin, bekommen werd. Dass ich halt nicht gekillt werd. Ich glaub, der geht jetzt weiter weg. Das ist schon mal sehr gut. Die Zone schrumpft auch wieder. Ja. Also so ganz lange durfte es nicht mehr dauern. Bis irgendwas passiert. Nein. Dann nehmen wir es auf jeden Fall noch ein Hauser bisschen. Ja. Hier ist nix. Hier irgendwo ist jemand hinten. Ah ja, da hinten ist nicht scheiß. Kiste. Ei, ei, ei. Hoffen wir einfach mal, dass ich da jetzt... Ah ne, ich geh da nicht hin. Da kann zwar geiles Zeug drin sein, aber Leute. Das muss ich mir wirklich nicht antun. Ich renne jetzt erstmal weg. Ich renne jetzt erstmal um mein Leben. Na komm. Oh, da hinten das Haus. Das sieht sehr gut aus. Das ist auch ungefähr in meiner Richtung. Naja. Ah, naja. Nicht wirklich, aber fast. Naja, das ist ein Raketen-Dings. Komm mal hin. Aber bitte killt mich einfach nicht. Ich will einfach nur dahin. 37 Leute noch da. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich geholt werde. So, hast du jetzt chillen. Gut. Okay, komm ich nicht hoch. Ja, Mann. Ja, Mann. Nein, Mann. Oh, jetzt schießt einer. Bitte Gott. Lass mich einfach leben. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, da vorne ist so ein Teil, das kann man gut benutzen auf jeden Fall. Wenn ich wüsste, wie es auch geht, ich verschritte, ich verschritte, ich verschritte. Da vorne. Da vorne war einer. Ich muss den Berg hoch gehen, unbedingt. Unbedingt, ganz schnell. Die Zone kommt auch. Shit, ich muss hier lang. Aber auf jeden Fall den Berg. Ah, shit. Oh, Mann. Scheiße, echt. Gut. Ich werde dafür diese Dinger nehmen. Die heilen langsam deine ganzen Leben wieder auf. Und 20 Kp sofort, glaube ich. Komm, geh rein. Gut. So, es sind noch 16 übrig, das ist schon ein bisschen übersichtlicher auf jeden Fall. Okay. Bei mir ist ein Gegner. Danke, Mann. Das ist ein gemütlicher Ort. Abzuhauen. So, gut. Herrlich. Jetzt fühle ich mich wieder etwas safe. Hier ist sogar eine Box. Und gleich bin ich tot. Ja, Mann. Ein bisschen Heilung wäre geil gewesen. Aber gut. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht hier hoch kommt. Wie ich. Das wäre echt lassige. hier. Acht Feine noch. So, wo läuft denn das hinaus? Oh, Mann. Echt nicht gerade eine geile Stelle. Aber hier oben fühle ich mich schon mal ganz gut. Der ist da oben. Grund. Und Herr, wieder innerhalb etwas mehr zur Zeit. einfach completa. Wie? mantć. Ok Leute, es wird darauf hinauslaufen, dass es da hinten ist. Ich werde mich jetzt hier an den Baum campen. Ich denke, es ist eine ganz gute Stelle hier. Die können sich ja abschießen schön. Ach nein. Leute, ich schwöre euch, ich werde hier geholt vom Allerletzten oder so. War das alles umsonst? Ach man. Ach man. Ach man. Ach man. Ach man. Ach man. okay ich glaube er geht jetzt muss ich auf jeden fall auch weg alles gut scheiße okay leute jetzt bin ich echt gespannt wie das ganze ausgeht ich brauche auf jeden fall erstmal das da habe ich meine heilung und so weiter und so fort ich muss auf jeden fall darüber das bedeutet hier ganz spaßendem Shit. All right, Schöner. All right, Töne. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, meine Güte, ey. Oh, fuck. Oh, meine Güte, ey. Das ist gerade echt ein geiles Gefühl, dass ich einfach gewonnen habe, ohne einen Kill zu machen. Das war jetzt geil. Hiro, ich habe da mit deiner Aufgabe erfolgreich gemeistert. Lass den Daumen nach oben da. Wenn ihr meint, dass null Abschlüsse der absolute Wahnsinn ist für Platz 1 Belly Way. Erstmal einen Screenshot machen. Loll. Ja, moin. Damit habe ich es geschafft, Leute. Ihr seid die geilsten. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.